Das Jahr 2019. Das erste Mal ohne Arschrakete. Trotzdem erlebten wir so einiges. Hatten Spaß. Waren traurig. Und hatten Päcklack. Unsere erste Ikone in diesem Jahr. Unzählige Pranks. Wir wussten vieles diskaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hatten mehr als nur Päcklack. Wir bedanken uns bei jedem von euch für das wunderbare Jahr 2019. Ihr ermöglicht uns, unseren Traum zu leben. Andere Menschen zu unterhalten. Deswegen bedanken wir uns heute mit einem Best of Der lustigsten, der schönsten und besten Momente des Jahres 2019. Vielen Dank für ein unvergessliches Jahr 2019. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Pelé! Wollt ihr mich? Ja, Pelé und Ronaldo da drin! Nein, ich hab... Ich wollte Skippen nicht. Ja, Junge! Ach du Scheiße, ich glaub es hat wieder wie kein Lied beginnt. Ich geh baden. Waddy! Erfurt Pelé! Erfurt! Oh mein Gott! Ja, Junge! Junge, was ist hier los? Was machst du denn? Boah, es war ein bisschen lang, wenn man das durchkam, wo dann auch so reingegging. Aber wir haben 30 Minuten gespielt, ich stoße hier mein Komplett des Thiefs ab. Ja! Wenn Timo langsam machen soll, ne... Wer hat jemand? Ihr nehmt doch deinen Scheiße! Was ist das denn? Du... Vimi! Vimi! Ja, es ist Cherny! Ha! 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 Ja! mediaaa Ben! K estabend du? Ja? Ja! Ja, wie��면 er ist der Michael gestorben ist! Na dann bekommen haben wir die Gäste vom Kaiser. Meine 선생님 vor der Pfiffeib-ität. Kδα! KẦK случа! Das ist honestly twaco dein eigener Mann aus der Jacob-Systeme. enjoyable EX и подержSorgen suck! Ich weiß es nicht! Oh! Okay! Das war das schlimmste Spiel in der SBB-History ever. Oh mein Gott, Alter. Zeig die Scheide, Alter. Ey, Digga, aber mit denen Bronzenkarte, da war auch nett, ne? Junge, Mensch, du wirst uns jetzt nicht glauben, ne? Aber wir haben nicht selbst gespielt. Du musst den linken Zettel immer aufstehen. Halt's Maul! Halt's Maul! Scheiße! Diese ganzen Scheiß-Kroketter hast du aus, ich dachte, ich raste aus! Der linke Zettel ist der Reha! Wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber dadurch, dass du unser Team so gefickt hast... Ach du Scheiße, halt die Fresse! So, Freunde, wir hocken hier alle. Einer fehlt immer noch. Er muss lernen. Er kommt immer zu spät. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dein, ich hab leider kein Bettzeug, ne? Hast du kein Bettzeug, schade? Das ist echt schade. Oh, das ist sogar Ikea-Bettwäsche. Würde mir auf den Sack gehen, wenn ich nach so einer Fahrt noch mein Bett selber beziehen. Das wird mich echt abfasschen. Da komm, ich helfe dir noch anziehen. Nimm mal den Fensi mit. Okay. Was ist hier? Lampe? Deko? Irgendwas? Ach so, stimmt, ja. Fan-Bedingung brauchst du dich auch. Oh, shit, Digga, was ist denn hier los? Der ist ja richtig motiviert gewesen, der Familie hier. Jetzt hier auf der Kackbett, auch kein Zimmer, kein Fernseher, jetzt Boxspringbett, dicke Fernseher. Mockout! Blau! Blau! Blauuu! Blauuu! Du Bastard! Das ist ne Wort. Warum machst du das? Das ist ne Wort, Heng. Warum machst du das? Ich wollte einmal blau schreien, Digga. Warum? Ich wollte einmal, ich wollte einmal groß rauskommen. Ich hab gedacht, das ist er. Ja! Ich kann aber den Hashtag zeigen. Geht einfach nicht. Ich kann aber den Hashtag zeigen. Geht einfach nicht. Ich kann aber den Hashtag zeigen. Geht einfach nicht. Ah! 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 Oh mein Gott! Ehre der Reingeschrieber! Scheiße! Hey! 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 Ah! Ehre der Reingeschrieber! Ich hab' den 19! Es gibt safe! Packler für 2019! 1200 Fick! Das ist ein Bock! Jawoll! Keiner! 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 Y-Gone! 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 Ich ohne! Ich ohne! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Hey. Ich will nicht dran glauben. Ach du Scheiße! Du Scheiße! Ach du Scheiße! Warum kommt der jetzt? Warum kommt der jetzt? Ich verinnere dich doch. Außer sie spucken jetzt einen blauen. Dann passiert es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komm, komm! Gib mir ein Rhyme! Gib mir ein Rhyme! Gib mir ein Rhyme! Ja! Ikonen! Ja, Mann! Ikonen kann ich! Ikonen kann ich! Wenn was geht, dann die Ikonen! Ja, Mann! Die Ikonen gehen, Junge, stark! Oh, Walkout. Ja! 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 HERRKE!! J32 Telefon! Ja! Ja! Und weg da hinten! Oder ein Fixer? Ja! 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 ZWEITER!!! ZWEITER!!!! ZWEITER!!! ZWEITER!!! Deine Schiffie! Oh Gott, gut! Ich hab ein Dodi! Ich hab ein Dodi! Ich hab ein Dodi! Ich hab ein Dodi! Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch alle! Bleib ruhig. Spring nicht. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Ja! 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 Wer bin ich! Wer bin ich! Sag mir, wer bin ich! Wer bin ich! Wer bin ich? Wer, wer?! Ey. Boah Gott, werd blau! Werd bitte blau! Ja! земat müna sind wir!! Ja! Jaa! Ja da sind wir! Oh mein Gott, Dirk Wachmüller sind wir! Ja! Boom! La Liga ist mir! Der Schöpferd! La Liga ist mir! Machele! 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 Oh, da ist er schon, ne? Warum hab ich angemacht? Oh! Optimus Prime! Oh! Oh! Optimus Prime! Und hämme ihn rein! What the fuck? Oh, das ist besser! Oh! 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 Das ist krass! Argentinien! Macht er nicht! Macht er nicht! 91er Marathon! 91er Marathon! Hier wird schlecht! 91er Marathon! Was ist da los? Nein! Was ist da los? Was ist da los? Nein, Junge! Was ist da los? Alter Marathon auch noch ein Sehbio! Was ist da los? Marathon auch noch ein Sehbio! Das ist deine, Digga! Ja! 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 Scheiße! Oh mein Gott! Wir sind drin in der Olga. Okay, drei Picks, glaub ich, nehmen. Krank. Drei. Fang mal erst mal mit der Eins an. Dein Ernst? Ja. Kaufen schnell. Das war 3,2 Millionen mal Dini. Halt's Maul! Okay, ich suche fortsetzen, ne? Halt's Maul! Mach weiter. Nimm mal die Drei. 400.000 Kicks. Mach mal ja. Und nimm mal die Acht noch. 400.000 Kicks. Ach, geil, Alter! Ist das geil! Ist das ein geiles Gefühl, Leute! Halt's Maul! Ich hab grad ein ganz schwaches Herz, Digga! Meine Gültelrose, da geht's grad ganz scheiße! Alter, 95er Optimus Primal Dini geht über den Jordan! Wer hatte die Idee mit dem, mit dem Dings? Mit dem, ähm... Du bist so ein Arschloch! Bist du wirklich? Ich bist ja ein Arschloch! Ja, wir sind da! Komm, mach mal, mach mal die Eins! Mach mal die Eins! Wer? Wer? Weißt du noch, Freund? Dein Satz mit, ähm... Ja, ich hab... Es ist 95er Pelé! Wie viel Geld? 1,87! Wer macht's? Ich mach's nicht nochmal! Nice! Ey, aber, aber so... Ihr und Pelé und ich beim Discarden, das... Das hat schon irgendwie... Mein Draft war aber auch echt schwierig zu bauen! Ja, den aus! Hol, da, komm! Ronaldinho Primal mit Sanetti Primal! Sag deine Zahl, Mann! Sag deine Zahl! 1 bis 11, ne? Wartest du mal mit der 2? Halt dein dreckiges Tricksmaul! Pelé, 91, gekauftes Cardinal! Wie viel Coins? 800.900. Ja, komm! Die 2! Eusebio! Bye-bye! Wie viel? 1,4! Ja! 1,5! Wuhuu! Junge, das ist... Ist das ein geiles Format? Ja, ist umgestellt! Ist? Ja! Ja! Ach, 2 sind... 2 tun weh! Was kann man denn nehmen? Ich geh grad mal durch... Ich nehm den rechten... Z-O-M! Und den rechten Z-DM! Und den rechten Z-DM! Also... Ich sag, wir fangen langsam an! Okay... Es ist einmal Rünnit... Rünnit geht baden... Was?! Rünnit geht baden... Und Kien! Und Kien! Morgen, Freunde! Und zwar... Ich hab hier ein paar Latschen für Timo! Kriege ja die erste Euro-Wette! Halt's Maul! Mit diesen Schuhen heute das Ferntreffen bestellt! Du bist doch so ein Adiletten-Typ! Deswegen hab ich dir passende Schlappen mitgebracht! Und damit kannst du heute das Ferntreffen betreten! Nimmst du's an? Deswegen ich... Ich hab's jetzt da nur grad 2 Euro! Oh! Pro Latschen Euro! Aber es sind ja... Es sind ja 2 Latschen! Deswegen... Würde ich dir sogar 2 Euro dafür geben! Das ist ein verkackter Fisch! Entschuldigung... Da hab ich ihm das für 20 Sekunden abnehmen könnte! Deine Challenge! Und? Nur das kurzmöglich! Er will... Schönen Video! Wenn das nicht in Ordnung ist! Entschuldigung! Das ist ein sauberer Behalten hierher! Entschuldigung! Das ist ein sauberer Behalten hierher! Entschuldigung! Bitte nicht mehr recht wenig machen! Hier! Die Toiletten müssten auch noch gereinigt werden! Jetzt mal... Da geh ich mal! Hallo! Kommt! Moment! Ich will jetzt mal anfangen werden! Da und... Vor dem... Ah, wir auch! Macht die Tür zu schlecht! Macht die Tür zu! Nice run, Bro! Gib mir ein H! A Gib mir ein U! U Gib mir ein M! M M Gib mir ein B! D Gib mir ein A! A Gib mir ein Level Up! Level Up! Level Up! Level Up! Wir singen, Humpa, 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 Jettere! Stark, Junge! Ah! Ist aber ein bisschen abgedreht. Sieht aus wie mir. Mach lieber hier hoch. Abgedreht! Fuck! Digga, was ist das? Guck, guck, siehst du wie sich das stellt? Direkt bitte. Er stellt sich schon direkt alles. Und jetzt schön noch mal auf die gleiche Stelle. Ich hab so Angst, dass er mich gleich umschlägt. Digga, wir sind so verrückt. Digga, übertreib schnell! Ich mach doch schon mit! Digga, das ist dreimal dieselbe Stelle, Alter! Ja! Er macht die Hand, wenn ich's auf die Hand hau. Späne, babe! Er war ein richtiges Ding! Aua! Du Hund schlagst in der Rohm! Wie schlägt man da hin, Alter? Ja! Ich kann sie nicht so treffen! Guck mal, wie ist das aussehen, der Cam! Der ist so dreimal! Wo du überall hinschlägst! Dann treff ich dich, du! Dann schlag lieber nach vorne! Alter, dann mach! Ey, Digga! Das war jetzt das fünfte Mal! Schlag auf mein Scheißschild! Ja, dann geh doch hin! Ja! Dann geh doch hin, Mann! Er dreht sich die ganze Zeit weg! Er dreht sich die ganze Zeit weg! Er dreht sich die ganze Zeit weg!